Ja, ich habe das Spiel gesehen vom HSV und sie haben sehr gut gespielt. Gisdol hat die Mannschaft hervorragend eingestellt, ist auch ein super Trainer. Und mit Gisdol wird HSV keine Abstiegssorgen haben in dieser Saison. Naja, gut, es war ein bisschen glücklich, aber sehr schön, weil man die drei Punkte schon mal hat. Denn wir müssen jetzt auswärts nach Köln. Mit der Leistung wird man nicht sehr viel holen. Und da muss man ehrlicherweise mal sagen, da muss noch eine Riesensteigerung kommen. Da ist ja gar nichts passiert. Ich glaube, da muss allgemein jetzt schon noch mehr kommen, wenn man die entsprechenden Punkte haben will, die man braucht, um in der Bundesliga zu sein. Ich hoffe, damit ich auf der Tribüne ruhig sitzen kann und nicht zittern muss, dass wir ein bisschen ins gesicherte Feld kommen. Aber ob das passiert, weiß ich nicht. Da war es schon ganz wichtig, dass wir einen guten Start hinlegen, denn sonst eskaliert das ganze Jahr. Und nachdem wir in den letzten, sage ich mal, gefühlten zehn Jahren keinen Auftakt sicher hatten, sind wir jetzt froh, dass es das gelungen ist.